Was geht ab Leute, euer Frapses hier heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video werden wir uns auf jeden Fall die ganzen neuen Informationen bezüglich Tilted Towers anschauen oder auch den ganzen anderen Locations. Es wird auf jeden Fall ein paar wilde Neuerungen geben. Ich würde sagen, wir reden hier gar nicht lang drum rum. Lasst mir gerne mal einen Daumen, da vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Jetzt würde ich sagen, Freunde, starten wir mit dem Video. Let's go! So Leute, die ein oder anderen von euch haben es sicherlich schon mitbekommen. Und zwar werden ja die ein oder anderen Locations jetzt überarbeitet in Fortnite und sie möchten ja so eine kleine Veränderung ins Spiel rufen. Jetzt ist es soweit, es gibt jetzt Leaks, die uns zeigen, was mit Tilted oder mit anderen Orten passiert. Ich habe jetzt explizit hier Tilted rausgesucht. Hier könnt ihr gerade ein Bild beispielsweise sehen. Das ist aus den Ingame-Files und man kann um Tilted rum so eine kleine Kuppel sehen, die ganz kurz so aufleuchtet. Und das ist halt so dieses Scheinen von dem, was halt bei Loot Lake explodiert ist, von diesem einen Ei oder von der Kugel, also von dem Nexus sozusagen. Und jetzt ist es so, Freunde, dass diese Location hier in ein anderes Zeitalter geht. Das heißt, jetzt wird etwas anderes in Tilted geschehen, beziehungsweise es wird komplett zurückgesetzt. Und was es sein wird, werde ich euch natürlich gleich zeigen. Das ist aber natürlich nicht die eine Location, es gibt auch noch eine weitere. Das wird auch so sein, Freunde. Da wird es dann auch dieses Aufleuchten geben und das wird dann auch überarbeitet. Es wird mehrere unterschiedliche Arten von Dusty geben. Es wird halt so Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4 geben. Und dann wird diese komplette Veränderung ins Spiel gerufen. Und das Ganze ist bei Tilted genauso. Es wird Teil 1, 2, 3 und 4 geben. Dann haben wir das sozusagen im Endstadium. Ich finde auf jeden Fall ganz cool, dass auch Dusty überarbeitet wird. Also ich habe jetzt nicht Bock, dass das die ganze Zeit die gleiche Location bleibt, weil es ist ja auch irgendwo langweilig. Irgendwo muss ja auch eine kleine neue Veränderung ins Spiel gerufen werden. Deswegen finde ich das Ganze cool. Dazu werden auch unter anderem solche Geräte wie diese jetzt hier im Hintergrund, die ich eingeblendet habe, benutzt. Das sind zum einen so ein komisches Gerät, was aussieht wie so ein, keine Ahnung, Weltraum-Lande-Gerät oder so. Dann gibt es da etwas, das sieht aus wie so ein Solarpanel. Das soll die ganzen Strahlen absorbieren. Und dann rechts oben können wir die Strahlen bzw. die Kuppel sehen, die dann drumherum gebastelt wird. Wer kann sich noch daran erinnern, Freunde, als die Rakete so eine Kuppel durchgeschlagen hat? So eine ähnliche Kuppel wird dann über Tilted stattfinden. Mal schauen, was da abgehen wird. Jetzt schauen wir uns auf jeden Fall nochmal etwas an, was sozusagen diesen Effekt herbeirufen soll. Und zwar soll über Tilted genau solch ein komisches Leuchten aufkommen. Und ihr seht ja selber, wie das Ganze aussieht. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal ganz interessant aus. Dann, Freunde, haben wir hier dieses Gameplay. Das zeigt sozusagen das Endstadium von Tilted, wie es dann am Ende des Tages aussehen soll. Und das Ganze wurde jetzt nicht in Tilted hinzugefügt. Aber trotzdem sieht man so circa, wie das Ganze aussehen soll. Meiner Meinung nach hat es so ein bisschen was von Shifty. Aber es soll nicht Shifty sein, sondern eine Wild Western Version von Tilted. Also so eine richtig alte Version. Ob das Ganze genauso eins zu eins kommt, kann ich euch nicht versprechen. Aber es scheint wohl so zu sein. Bedenkt auch, Freunde, natürlich, dass das hier beispielsweise, was ihr gerade gesehen habt, dieses Lagerhaus, das war ein Dusty. Und dann wird es halt auch nochmal andere Locations geben. Genauso wie diese, hier diese kleine See und so weiter und so fort. Also das soll hier alles überarbeitet werden. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ganze aussehen soll. Manche Texturen fehlen halt. Das sollt euch natürlich bewusst sein. Aber die werde ich euch jetzt auch nochmal ganz kurz und knackig einblenden. Dazu habe ich auf jeden Fall Bilder. Zum einen können wir hier dieses Haus sehen, wo normalerweise der Verkaufsautomat steht. Das soll halt jetzt dann ersetzt werden. Dann haben wir solch ein Gebäude. Keine Ahnung, welches das sein soll. Aber sieht auch ganz cool aus. Dieses Gebäude haben wir auch. Das soll so ein Sheriff-Büro, so ein kleines Gefängnis sein. Dann haben wir das hier. Das soll in der Nähe von, also gegenüber vom Uhrenturm stattfinden. Dann haben wir das. Das soll in der Mitte von Tilted stehen. Ihr kennt ja die Doppelhaushälften, die es mal gab. Oder den Insurring-Bereich. Genau dort soll das Ganze hinkommen. Das ist der Uhrenturm. Da brauche ich euch, denke ich mal, nicht viel zu erzählen. Dann haben wir nochmal hier so einen ganz kleinen Store. Das wird dann dorthin kommen, wo jetzt das Backsteinhaus ist. Dann haben wir so ein kleines Häuschen noch. Und das war es dann aber auch schon. Genau die ganzen Häuser bzw. Locations werden jetzt in Tilted demnächst hinzugefügt. Wie genau das Ganze aussehen wird, werden wir uns nochmal genauer anschauen. Ob der Boden noch überarbeitet wird. Ob es tatsächlich noch älter aussieht. Wann es stattfindet, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, dass es innerhalb von jetzt einer Woche passiert. Bevor das nächste Update rauskommt. Es könnte sogar sein, dass es mit dem nächsten Content-Update erscheint. Und dann können wir das Ganze mal erwarten. Mehr gibt es aber dann auch nicht hier zu diesem Video zu sagen. Ich hoffe natürlich, dass es euch soweit hier gefallen hat. Wie gefällt euch das neue Tilted? Findet ihr die Idee gut oder eher nicht? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich dann jetzt hier an der Stelle verabschieden. Und wünsche euch allen einen angenehmen Tag. Freunde, wir hören uns im nächsten Video. Haut rein. Geht mit dem Flow. Euer Frips. Tschüss und ciao.